Innen Meine Freunde, heute drehen wir hier die Fußball Challenge! Die ich eigentlich gesprochen habe! Anunga, der Mann Anunga! Der beste Freakickmaster! Ja! 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 Der beste 1-2-1-Defender! Der beste 1-1-1-Defender! Ich glaube es wird ein geiles Ding. Wir haben leider unser ein Torwart der eigentlich kommen wollte. Bei dem wurde irgendwie eingebrochen im Fenster. Der war auf dem Weg hierher. Den hat Hany besorgt, aber da konnte er nicht kommen. Wir haben einen Ersatz gefunden. Wir haben einen Ersatz gefunden. Ilken Casillas. Der heißt wirklich Ilken. Lass uns gar nicht viel rumschnacken. Ich werde uns vier Übungen raussuchen. Qualitätsübungen. Und mal gucken. Hany wisst ihr, dass man was drauf hat. Amunka, mach doch. Weiß ich noch nicht. So Leute, bevor wir die Fußball-Challenge beginnen, habe ich hier spezielle Socken von Vito-Kid. Diese Socken geben euch einen bestimmten Halt im Schuh. Mit diesen Socken, die unten so einen Drip haben. Das sind so wie kleine Kleber, sag ich jetzt mal. Die verhindern, dass sie irgendwie wegrutschen oder sonst was. Ihr habt damit einen sehr, sehr guten Halt im Schuh. Und dazu auch die passenden Schnürsenkel. So ein Profil, womit ihr einfach einen festeren Stand habt. Und einfach euch besser fühlt. Und ich sage sogar, für das Ballgefühl sind die Dinger, glaube ich, sogar noch mal besser als ganz normale Schnürsenkel. Kann ich für jeden Baller da draußen weiterempfehlen. Vito-Kid. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr nice. Außerdem brauche ich mich immer vor jedem, vor der Fußball-Challenge oder immer was ansteht, wo ich einen bestimmten Kick brauche. Da habe ich mir einen Cumming rein. Die geben mir ein bestimmten Effekt. Die wachen mich auf. Der beste ist zu Beginn, also ich beginne. Okay. Das war gut, das war gut. Das ist gut. Das war die Qualität. Champions League. Das war gut. Das war gut. Oh! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Second try, zweiter Versuch. Erste ging unglücklich an die Latte. Die Männer gucken auch schon so mäßig, wow, der kann ja was. Anunga, Brian guckt mich so an. So mäßig, ich sag extra auf der Hütte, der guckt mich so an. Der kann ja noch was. Ja, kann ich. Ja, schwer. Komm mal her, komm mal her! Komm mal jetzt ran hier! Bitte, komm mal her! Ihr wisst, was jetzt kommt. Yes, Alter! Wow! Scheiße, Alter! Yes, Baby! Oh mein Gott, oh mein Gott! Nimm dir von mir meinen Spruch, ist das freundlich. Was ist denn das denn? Ey! Mein letzter jetzt, ich hab Crossbar, wunderschönes Tor. Und letzter, aber wir haben jetzt alle Freischüsse links in die Ecke geschossen. Ich versuche jetzt den letzten Torbatec. Do me new stack. Guck auf Anlaufhills. Dafür war ich damals betrieben, Kami. Hat der Mann hier rechts von mir gelernt. Mal gucken, ob ich ihn überhaupt noch so hinbekomme. Was soll ich noch mehr sagen? Ich kann nichts mehr sagen. Guck einfach mal da, wie er da sitzt und drauf ist. Oh! Ich muss auch noch den reinmachen. Okay? Last one of the day. This is... Let's go. One was Crossbar. One was like... How one? And this is... This is me not practicing ever. This is first time. No! I gotta... No. Nächste Übung. Einer steht draußen. Honey. He is like shooting the ball to... Passt den Ball zu uns. Ankerkerball. You can do a bad ball, huh? Yeah, bad ball. Hard ball. Yeah, really hard ball. Bad ball. Du hast zwei Kontakte. Hier drinnen. Da musst du drinnen bleiben. Es ist nur Honey gegen mich. Nur Mucki gegen mich. U17. Härter bis 10. Er steht draußen und nur er gegen mich. Okay? Let's go. Oh! Niemals drin. Gut gemacht, aber nicht drinnen. Gut Ball! Gut Ball! Gut Ball! Let's swing. Ah! Gut Ball! Gut Ball! Let's swing. Let's swing. Match. Come on! Gut Ball! Oh, Ike! Ike! Ich hab noch einen. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Ja, that's a good ball. Kannst du auch mal die Plauze zeigen? Kannst du auch mal die Plauze zeigen? Ja. Hat Alain hat die Runde gewonnen, richtig Scheiße. Also ich muss dazu ehrlich sagen, der Camry Touch war mal besser. Er war mal besser. Also in der U17 Bundesliga, da hat er schon einen schön clean Touch gehabt. Er ist ein bisschen weg. Ich kann gegen ihn verlieren. Wer ist ein bisschen weg? Ich kann gegen ihn verlieren. Das ist in Ordnung. Dritte Übung. Ich glaube, Mucki führt insgesamt. Ähm. Wir jonglieren hier durch. Wir jonglieren hier durch. Wir jonglieren hier durch. Wir machen jetzt nicht... Eigentlich... Do you wanna go like left, right, left, right? Yeah, left, right. Must be left, right? Okay. Also es muss links, rechts sein. In der Reihenfolge. Also immer links, rechts, links, rechts. Ja, left, right. Vorlegen, schießen. Ja, selber vorlegen. Genau. Hany, Hany, äh, fängt an. Jeder Dreisschüsse kann man durch. Ui, das sieht nicht ganz sauber aus. Wie lange gehört dazu? Ja, ich gehe da noch näher. Auf den. Ist doch scheißegal oder nicht? Nein, 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 nein. Das ist gut. Wir brauchen das nicht mehr. 3. Everyone hat 3. Boah, das ist gut, oder? Everyone hat 3. Wow. But the important is the shooting. Uh-huh. Fuck. Oh. Oh, 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 oh. Digga, du bist so ein Arschlocher. He, ist im Spiel auch gehört dazu. Hey, we're gonna sleep here or what? Yeah, right, right? Hey, what is that? Come on, Ike. No. Think of food, he. Think of food. No. Thank you. Hey, it does not count. It does not count. Hey, honey, you're done now. Yeah. No, I just have two. Hatsch nicht so viel in the backyard. No, I have one more. Digga, hey. Yes. Oh, 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 oh. Yes. No. Okay. He, 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 he. He, he, he. He, he, he. Questionable. I have to score, bro. I have to score. Don't speak a lot. Do your actual face, brother. Wow. The truth is, I speak, I like to deliver. And he delivers. And he delivers. And he delivers. No. What is this? Ikea, show me now, what you have. There are a few cameras here. Bring me directly to our scout. Ach, that's not a lot. 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 We could try it again with them. No, 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 no. So, we already have three exercises. The last exercise. One of my favorite exercises. Brian, also Anunga, is out there. He makes the Flank. We have to go to the point. We have to go to the point. Just like that. To get the point. Just like that. All right, all right, all right. One touch? One touch. Wollen we say, it's a dream. Give it two points? Yeah, if you make a side for a tear. Okay, it's two points. Wollen we make first five to a tear? Yes, it's five. And side for a tear, it's a double. Let's go. I think it's a turn. It's a turn. Okay, let's go. Hold. Colasso! Hey, hey, what is this? Hey! What is this? What is this? Ah, bro, come on. What is this? What is this? Ah! Oh! Oh! Hey, what is that brain? Look at that, he's shooting everywhere on the other side. Oh, bro! Oh, bro! What's that? Yeah, but... He wouldn't have to do it. 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 Oh, God! Oh, God! Bro, are you serious? Oh, bro. Look, you're going to have to do it. You're going to have to do it, Hamidi. You're going to have to do it. You're going to have to do it. No, man, you're going to have to do it. Oh, man. Wie hab ich den getroffen, Alter? Ich hab 5 mehr verloren, ich kann gar keine Wollys. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, Habibis. Das war die Fußball-Challenge. Leider, letztes Spiel verloren gegen Muki. 5-0 ist hart, ich kann aber keine Wollys. Also ich muss ehrlich sagen, der Bilal von damals, der hätte ein paar Wollys reingemacht. Aber Plauze ist schwer. Plauze ist schwer mit Chicharito Trikot. Der Typ, der mir geholfen hat, war... Well done today, well done, well done. Maybe you did a contract. Well done, well done. Danke Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal.